Hallo und wieder herzlich willkommen zu unserer Serie Hashtag Fitterhorm. Heute machen wir gemeinsam eine Yoga für den Rückenstunde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Komm hier bitte an den Anfang deiner Matte. Lasse deine Schultern einmal ziehen. Lasse deine Atmung fließen, wie sie kommt und geht. Bringe deine Aufmerksamkeit zu dir. Und du darfst dich einmal ganz sanft vor- und zurückpennen. Über deine ganzen Fußsohlen. Das Gewicht verteilen. Finde deine Mitte. Wenn du das Gefühl hast, du bist ganz gleichmäßig auf deinen Fußsohlen verteilt, und du bleibst, kommst einmal an auf deiner Matte. Kommst einmal an in deinem Raum. Und dann atmest du mit mir gemeinsam einmal tief ein über die Seine. Deine Gebetshaltung auf. Und wir beginnen mit dem Sonnengebet über die Seine. Noch mal weit nach oben ein. Und wieder atmen. Mach das nochmal eine schöne tiefe Einatmen. Aus. Deine Daumen sinken zum Brustbein. Ein über die Wind. Ausatmen. Und wir beginnen mit dem Sonnengebet über die Seine. Ausatmen vor deinem Fuß. Einatmen. Die Arme zum Himmel. Eine sanfte Rückbeuge. Blick nach oben. Ausatmen. In eine tiefe Vorbeuge. Du kannst die Knie noch gewäumen. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Ausatmen. Einatmen. Dein rechtes Bein zurück. Deine Lieben. Ausatmen. Langsam ablegen. Du kannst gern die Knie senken. Schiebe dich einatmen in die Kuh. Ausatmen. Langsam tiefe. Einatmen. Bein nach hinten. Ausatmen. Roll dich rund auf in den Katzen. Ein. In die Länge. Stell die Zähne. Ausatmen. Ins umgedrehte Fing. Einheb das rechte Bein. Auszieh es nach vorne. Ein. Hol das linke Bein dazu. Aus. Roll dich wirbel für wirbel nach oben. Nimm die Schultern zurück über die Seite. Aus. Über die vorderseite. tiefe Vorbein. Ein Blick zum Hieb. Leichte Rückbeuge. Aus. Tiefe Vorbein. Ein in den Tisch. Aus. tiefe Vorbein. Links Bein zurück. Rechte. Leg dich langsam ab. Schiebe dich in die Cobra. Aus. Ein weit nach hinten. Aus. Roll dich ab. Ein. Länge. Stell die Zähne. Aus. ins umgedrehte V oder den Herabschauen. Hebe dein linkes Bein an zum Himmel ein. Komm nach vorn. Bring das andere Bein dazu. Roll dich langsam nach oben auf. Zieh die Schultern zurück. zurückatmen. Gerne kannst du auch zurückspringen, wenn du mehr. Langsam. Lange Zehen. Ein. In die Kuh. Schiebe dich zurückatmen. Aus. Ein. Länge Zehen auf. Aus. Roll dich langsam ab. Schultern zurück. Langsam sinken. Sehen lang in die Cobra. In den Herabschauenden. Hebe das linke Bein. Weit nach vorne. Das andere kommt nach. Dann roll dich nach oben auf. Auf. Ach. Ach. Und. ование. Eben. Po, Kan virtualen. Aus. 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 No. in den Katzenbuckel auf, ein, ins V nach oben oder den herabschauenden, auf, nach einmal über die Seite, langsam ab, nächste Einatmung, gut, aus, ein, schieb dich nach hinten, aus, werde rund, Katzenbuckel, Länge, ein, zehn, auf, herabschauende, Bein lang nach oben, zieh nach vorne, reich wirbel für wirbel, ich hoffe, ihr seid alle ein wenig warm geworden, atme, atme über die Seite, atme über vorne, in der nächsten Ausatmung, beuge die Knie, komm in eine Vorbeuge, den Tisch, senke deine Arme ab, du darfst sie hier absetzen, auf deinen Oberschenkel, wenn du möchtest, hebe ein, atme, den vorderen Arm, ausatmen, wieder tief zu, hebe den hinteren, aus, zu, beide Arme leh, heben, anziehen, Kraft im Bauchen, wenn du mehr möchtest, stützt du nicht ab, sondern lass die Arme neben deinen Oberschenkel, in den Oberschenkel, beide Arme, einatmen, vorderen, ein, hinteren, beide Arme, in den Oberschenkel, die Kraft im Bauch, rück, halte einmal beide Arme vorne, stabilisier, lass die Atmung fliegen, und hebe dich in der Einatmung wieder zum Himmel, schließe deine Hände, zieh sie vor die Brust in der Außen, zieh die Schultern weg von deinen Ohren, und rotiere in der Einatmung zu mir nach vorne in den Drehstuhl, aus, wieder ziehen, lass dir deine Hüfte stabil, die Daumen zeigen Richtung Brustbein ein, in die Rotation, aus, ein, in die Rotation, aus, wieder ziehen, schenk dir ein Lächeln, schenk dir ein Lächeln, Genieße die Bewegung, mach das noch einmal nach vorne und nach hinten, oder nach rechts und links, stricke in der nächsten Einatmung die Arme zu, aus, einmal die Schultern senken, Bauch ist fest, atme ein, setz dich tief in einen Stuhl, stabilisier dich, lass dir Atem fließen, atme aus, beug dich tief, atme ein, heb dich an in den Stuhl, atme aus, senke tief, ein in den Stuhl, aus, senke ab, wir nehmen eine Bewegung dazu, ein, lass die Arme nach hinten wandern, schließ die Hände und zieh weit über dich hin, aus, schließe die Arme, mach das noch einmal, ein, nach hinten, weit über die Hände, aus, aus, senke, und hebe dich einatmend in den Stuhl, aus, senke ab, einschieb die Arme an dir vorbei, schließ die Hände weit über die Hände, aus, 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 aus Du kannst die Fersen senken oder angehoben lassen, wenn du in der nächsten Ausatmung senkst, in der Einatmung die Arme wieder an dir vorbeiziehst, die Hände schlägst und weit über dich hinwegziehst, mit oder ohne angehobene Fersen. Wenn du entscheidest, senke deine Fersen, senke deine Arme, setze deine Hände vor dir, dein rechtes Bein, dein links. Atme ein und schiebe dich in den herabschauenden. Du darfst dir deine Füße einmal treten lassen, die Fersen Richtung Boden. Du kannst die Hüfte ein wenig dazunehmen, wenn du möchtest. Hebe in deiner nächsten Einatmung nochmal beide Fersen an und schiebe sanft tief in der Ausatmung. Lass dein Brustbein Richtung Oberschenkel ziehen. Schiebe deine Hände fest in die Matte hin. Hebe in deiner nächsten Einatmung. Zieh die Schultern in deiner nächsten Einatmung. Beuge dich sanft nach vorne. Kannst dich hier abstützen. Den Arm weit über dein Ohr. Blick zum Hintern. Aushalt. Einatmen. Reverse. Schau zum Hintern. Zieh hier weit über dein Ohr. Aushalt. Und komm in der Einatmung in den Wechsel. Eine Ausatmung. Ein Wechsel. Das noch einmal nach vorn. Halt dich hier für ein paar Atemzüge. Komm noch mal in den Rübel. Halt. Lass die Atmung fliegen. Komm wieder zurück in den Krieger 2. Führe den hinteren Arm nach vorn. Beug dich hier sanft nach unten. Und bringe hier das hintere Bein jetzt weit zurück wieder in die Brettposition. Atme ein in den herabschauenden Hübschen. Atme aus. Komm in die Brettposition. Du kannst gerne, wenn du möchtest, die Knie senken. Und wenn wir langsam abheben, will ich einatmen in die Kopra schieben. Ausatmen langsam. Einatmen ganz weit zurück in den Fersen. Die Nase zum Boden bringst in eine Welle. Lass dir Zeit. Kann eine kleine oder große Bewegung sein. Weit zurückstell die Zehne. Schiebe dich einatmen in die Brettposition. Schultern zurück. Halte ab. Einatmen ins. Voder den Hund, der nach unten steht. Den herabschauenden Hund. Einatmen in die Brettposition. Ausleg dich langsam ab. Du kannst die Knie bohren. Zehenspitzen strecken. Ein in die Kuppe. Aus. Langsicht. Schiebe dich in den Fersensitz. In der Einatmen. Und komm in die Welle. Rund. Stell die Zehen auf. Einatmen ins. Einatmen. Halte. Einatmen ins. Aus. Halte. Einatmen in die Brettposition. Aus. Langsam tief mit oder ohne Knie. Ein in die Knie. Langsam tief auf. Bleib in der Knie. Wieder anhören in der Einatmen. Senk in der Aus. 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 Schiebe dich in der nächsten Einatmen. Bitte wieder in den Fersen. Aus. Und komme nochmal hier in die Welle. Aus. Rund. Aus. 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 Auch hier noch einmal mehr. Stell die Zehen auf und schiebe dich zurück in die Brettposition. Aushalten. Schiebe dich einatmen in den Herabschauenden. Aushalte. Hebe dein vorderes Bein nun weit zum Himmel und ziehe es nach vorne. Zieh dich hier jetzt mit dem hinteren Arm nach oben in den Kriegerzwang. Zieh dich wieder in die Länge. Achte auf deinen hinteren Fuß, deinen vorderen. Stabilisiere dich hier. Zieh dich in der Einatmen. Achtung, knacken. Blick zurück. Aushalten. Langsamer wechseln. Reverse. Aushalten. Aushalte. 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 Bring den hinteren Arm nach vorne. Aushalte. 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 Blow deinen Kopf. Beide Arme und Beine zum Himmel. Und zusammen, stehen der Ausatmung zusammen. Einatmen hin. Ausatmen sich. Mach das gerne in deinem Atmen aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Du darfst einmal oben halten für ein paar wenige Atemzüge. Wieder langsam senkst. Einmal die Hände unter deine Stirn, die Beine abgelegen und los. Für ein paar Atemzüge einfach los. Und die Arme mit deiner Schwimmbewegung in deine Brust. Ich schiebe dich nach oben, über den Kniestacken, in den herabschauenden Haken. Du darfst noch einmal deine Fersen drehen. Beide Fersen heben ein, ausschieb sanft Richtung Boden. Beuge hier die Knie in der einen und wandere mit kleinen Schritten nach vorne auf die Matte in der Außen. Setze dich hier an. Sehr schön. Deine Füße sind aufgestellt, du wächst lang in deiner Wirbelsäule. Gibst deine Arme nach vorne an und schiebe dich hier in das Boot. Du kannst jederzeit hier halten, wenn es für dich angenehm ist. Eine schöne V-Position. Lass an deinem Bauch kraftvoll werden. Deinen Rücken ziehe die Schultern tief. Halt dich hier, wenn du möchtest. Oder hebe deine Arme leicht nach vorne an. In der nächsten Einatmung hebst du die Arme etwas zum Hintern. Ausatmen, senken. Einen Stückchen hin. Aus, senken. Ein, hin. Aus, senken. Und dann hältst du dich nicht. Vielleicht möchtest du nur die Zehen aufstellen, die großen Zehen. Die Atmung fließen lassen. Oder gar die Beine anheben. Stabilisieren. Geh nur so weit, wie es für dich in Ordnung ist. Du kannst hier die Hände schließen. Die Zeigefinger aufeinander legen. Dein Brustbein heben halt. Lass die Atmung fließen. Beuge sanft die Klinge. Stell die Füße auf. Tauche hier einmal ab. Einatmen weg. Komm in deine Ausatmung. Ganz langsam nach unten. Sehr schön. Du darfst dich einmal ablehnen. Die Hände neben deinem Gesicht. Zieh einmal lang Richtung Füße. Zieh die Wirbelsseite. Du darfst deinen Kopf heben. Deine Beine heben. Und du wirst einmal ganz rund. Wie ein kleiner Ball legst du hier. Senkst langsam in der Einatmung die Füße, den Oberkörper, die Arme über den Kopf. Und schieb dich nach oben in eine Brücke. Wieder sanft senken. Die Arme heben. Den Kopf, die Beine in den Ball. Kugelbrücken. Einatmen. Der Grusel. Erlenk. Spann Bauch, Rücken, Gesäß an. Werde rund wie ein Ball. Genieße diese Wechselbewege. Rein in die Länge. Aus, kurz halten. Einatmen. Wir drücken. Aus, halten. Ein in die Länge. Und wieder runter. Halt dich ein, mein Mann. Setze nacheinander die Füße. Rolle langsam deinen Rückentier. Öffne die Arme in die Seite. Lasse deine Schultern los. Mach den Rücken nochmal lang, die Füße aufgestimmt. Um in deiner nächsten Einatmung die Brücke nach oben anzunehmen. Halte und stabilisier dich, wenn du nun das vordere Bein anziehst. Das Knie über der Hüfte. Einatmen, bring das Bein leicht nach vorne. Ausatmen, wieder zurück. Ein nach vorne, stabilisier dich, lass die Hüfte geraten. Lass deinen Bauch hier aktiv arbeiten. Ausatmen, wieder zurück. Ausatmen, wieder zurück. Ausatmen. 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 Hier, lass die Atmung fließen. Ausatmen. 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 Löse deine Füße. Roll einmal Wirbel für Wirbel nach unten. Ausatmen. wieder auf. Die Arme zum Himmel zurück. Die Arme ausatmen durch. Das hintere Bein heben und einatmen in die Seite bringen. Aus zum Himmel zurück. Ein in die Seite. Denk an die gerade Hüfte, die Kraft, das Bauch und Hüfte. Sehr schön. Mach dies auch hier ein letztes Mal. Senke das Bein an. Noch einmal die Hüftknochen zum Himmel ziehen, bevor du dann langst. Jeden Wirbel einzeln nach unten ab. Hier einmal deine Knie locker von rechts nach links. Einfach schaukeln. Deinen unteren Rücken, deine Lendenwirbelsäule etwas zurück. Arme in der Mitte zu halten. Die Beine nacheinander abliegen. Die Hände zu deinem Gesäß bringen. Ziehst du jetzt die Zehen einmal an. Spann deine Waden an, deine Oberschenkel. Als würden deine Beine fast schweben. Dein Gesäß, dein Bauch. Deine Arme ziehen mit einer Faust kraftvoll. Richtung Ferse und dein Kopf verlängern, sodass nur die Haarspitzen den Boden berühren. Dein Gesicht macht eine ganz hässliche Kremasse. Und jetzt spannst du alle Muskeln. Halte diese Kraft und Anstrengung. Atme wieder. Halte aber diese Kraft. Denk an das hässliche Gesicht. Und lass langsam. Anstrengung. Fühle für einen kleinen Moment nach. Lass deine Augen schließen. Spüre, wie dein Körper am Boden aufsteht. Spüre, wie du die Schwere in dem Boden fühlst. Wie du alle Anspannung einfach angest. Schau und fühle in deinen Körper hinein. Lass die Atmung fließen, wie sie kommt und dann geht. Versuche in jeder Ausatmung jetzt noch mehr loszuziehen. Ich einfach für einen Moment meiner Unterlage anfange. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Lass dir nun allmählich deine Atmung mal ein bisschen aktiver werden. Richtig tief ein- und ausatmen. Einmal in den Brust. Einmal tief in den Bauch, die Bauchdecke heben. Einmal den Brustkorb. Einmal den Bauch. Und lass die Atmung wieder fließen. Hebe einmal die Arme zum Himmel über den Kopf und streck dich. Ganz lang. Und wieder los. Stell bitte einmal die Beine auf. Und lass die Knie zu mir nach vorne gehen. Lass dir noch einen kleinen Moment sein. Bevor du dich über die Seite sanft nach oben schiebst. Ich hoffe, ihr seid alle wieder da. Es geht euch allen gut. Dann stell bitte das obere Bein hier auf. Komm in den Knie, stamm. Stütz die Hände vor dir ab. Schließe hier deine Beine. Luftschmal. Lass noch einmal den Kopf aus. Schüttel dich mal richtig aus. Und rolle dich sanft ein kleines Stück nach oben. Und wieder tief. Noch einmal leicht an. Wieder tief. Roll dich einmal so weit, dass die Hände auf die Oberschenkel kommen. Und dann wirst du einmal lang. Wirst einmal lang. Einmal lang. Roll dich einmal sanft nach oben auf. Schultern. Einmal ein. Streck nach oben und hol dir die Sterne vom Himmel. Halb. Lass langsam. Atme noch einmal tief ein. In der Gebetshaltung mit mir aus. Mit einer Verbeugung verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gut getan und Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bei Hashtag. Fit da hohe. Bis zum nächsten Mal. Ha es się. 75kę. Jadi, wenn es mir ist, kann man bei mir te sinaillionen, es hat mich über die Gerh hip-ruppe runn and misconbindON hayst. Tschüss. Tschüss. Chuck.